Wenn die LBS entlastet ist, weil da ein Gewaltfolge tiefer ist, dann hat sie gesagt, unangenehm, weil sie da gar nicht mehr geboren wird, sie kann gar nicht stabil sein. Wenn die LBS entlastet ist, weil da ein Gewaltfolge tiefer ist, dann hat sie gesagt, unangenehm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017